Themenreihe FreePBX 15 Asterisk 16 Herzlich willkommen zur mehrteiligen Themenreihe FreePBX 15 Asterisk 16 zum Aufbau einer eigenen FreePBX Telefonanlage. Heute und hier Teil 1 Basisinstallation und Grundkonfiguration. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Bevor wir nun richtig anfangen, noch einige Erläuterungen. Das ist kein Ausbildungsvideo zur Ausbildung von Technikern oder Administratoren für die FreePBX. Das ist vielmehr eine Nachbauanleitung, eine Schritt-für-Schritt-Nachbauanleitung, die, wenn man sie genauestens befolgt, am Ende nach Abarbeitung von Teil 3 zu einer funktionstüchtigen FreePBX Telefonanlage führt. Die Telefonanlage ist zwar einfach dann, aber sie ist durchaus für den privaten Gebrauch geeignet. Und Sie werden ja bei der Abarbeitung dieser Teile auch Kenntnisse erwerben, die Sie dann sicherlich dazu befähigen werden, anschließend auch Anpassungen der Konfiguration vorzunehmen. Zusätzlich werde ich im Rahmen der Teile 4, da wird es mehrere geben, noch weitere Funktionen erläutern, mit denen Sie die FreePBX ebenfalls weiter aufrüsten und erweitern können. Sollten Sie die FreePBX in einem geschäftlichen oder produktiven Umfeld einsetzen wollen, dann empfehle ich Ihnen, meine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Denn im gewerblichen Umfeld werden an eine Telefonanlage ganz andere Anforderungen gestellt als im privaten, auch wenn Ihnen das vielleicht im Moment nicht so bewusst ist. Denn Kommunikation im gewerblichen Umfeld sind heutzutage Dienstleistungen und der Kunde hat bestimmte Erwartungshaltungen daran, an den Service, an die Art und Weise, wie das Ganze vonstatten geht. Und das kann nur gut funktionieren, wenn man die organisatorischen Abläufe im Unternehmen auch mit dieser Telefonanlage richtig abbildet. Das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen hochtrabend an, das ist aber schon in kleinen Büros notwendig. Also wenn es im gewerblichen Umfeld eingesetzt werden sollte, nehmen Sie meine Dienstleistungen in Anspruch. Das erste Beratungsgespräch ist kostenlos und Sie können sich anschließend entscheiden, ob Sie mich beauftragen wollen oder ob Sie es dann doch lieber selbst weiter versuchen wollen. So, aber jetzt genug der Vorrede und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Vorneweg noch ein paar wichtige Hinweise. Es ist nicht egal, wo Sie diese FreePBX installieren bzw. aufstellen. Die Tutorials sind dafür gemacht, für eine Installation bzw. Aufstellung und Anschluss innerhalb Ihres lokalen Netzwerkes, also zu Hause hinter einem Router, der Sie praktisch vom Internet abschirmt. Sie haben hier Ihre PCs wie in Ihrem Netz und Ihre FreePBX ist nichts anderes als ein weiterer PC in Ihrem Netz, der eben an den Router mit angeschlossen ist und durch diesen Router durch ins Internet durchgreift bis zum Trunk, also bis zum Anschluss bei Ihrem Telefonprovider. Sollten Sie vorhaben, Ihre FreePBX beispielsweise auf einem Cloud-Server zu installieren, dann wird das mit meinem Tutorial so nicht funktionieren, denn da sind andere Einstellungen erforderlich. Welche Voraussetzungen werden benötigt und wo bekommen wir die Installationsmedien her? Also, das ist relativ schnell abgehandelt. Die FreePBX Asterisk hat relativ geringe Systemvoraussetzungen. Wir sehen das also hier gleich hier oben. Sie haben also bei einer Anlage mit kleiner 100 Benutzern reicht ein Pentium 4, 1 GB RAM und eine 60 GB HDD. Also, wenn man mal guckt, Pentium 4 ist schon lange raus, ist schon lange weg vom Markt. Jeder aktuelle PC bringt da wesentlich mehr Leistung, sodass man sich also um die Hardware-Performance keine großen Gedanken machen muss. Auch die 60 GB sind schon ein bisschen hochgegriffen. Ich installiere solche kleinen Anlagen in der Regel immer mit 20 GB und das reicht auch aus. Wenn Sie bei 100 bis 1000 Benutzer schauen, sehen Sie, da ist die Hardware-Anforderung nicht viel größer. Da geht es dann um zwei Pentium 4 und 6 GB RAM. Also, auch das bringen heutige Standard-PCs ganz locker. Und eine 200 GB HDD, gut, die sollte man bei dieser Größenordnung dann schon nehmen, aber das ist ja heutzutage auch kein Problem und auch kein Kostenfaktor mehr. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sie können das Ganze natürlich auch auf einer virtuellen Maschine installieren. Das heißt also, auf einer Hyper-V-Maschine oder auf einer virtuellen Box oder unter VMware. Das Ganze würde auch funktionieren. Ich mache das zum Beispiel bevorzugt so. Das ist eine feine Geschichte, finde ich. So, das Installationsmedium, da sehen Sie hier den Download-Link. Ich schreibe den auch nochmal drunter unter das Video. Und zusätzlich empfehle ich das PuTTY, das ist also ein Terminal-Client, das WinSCP, so ein SFTP-Client, mit herunterzuladen. Denn die brauchen wir unter Umständen, wenn wir mal in die Konfigurationsdateien rein wollen oder mal auf das Command-Line-Interface der Asterisk zum Troubleshooting, zum Konfigurieren spezieller Dinge und so weiter. Auch die Download-Links, wie gesagt, unter dem Video. Und wir benötigen eine feste IP-Adresse oder einen Dyn-DNS-Account. Denn wenn wir das nicht haben, wird jede Nacht bei der Zwangstrennung auch die Registrierung unterbrochen. Und um wieder telefonieren zu können, müssten wir jeden Morgen die Telefonanlage neu starten. Das ist auch sehr ungünstig. Also feste IP-Adresse oder Dyn-DNS-Account vorher einrichten. Wenn Sie dann auf der Download-Seite sind, dann müssen Sie immer das Stable-Release nehmen. Das ist die aktuelle Version. Die müssen Sie downloaden und installieren. Da ist noch eine alte Version, zum Beispiel hier mit der FreePBX 13. Da habe ich persönlich mein letztes Tutorial darauf aufgebaut. Und es gibt auch noch eine vorhergehende Version mit FreePBX 14. Aber die brauchen wir auch nicht mehr, denn die FreePBX 15 ist ja jetzt freigegeben. Und die können wir deshalb auch verwenden. Wenn dann alle Voraussetzungen für die Installation geschaffen sind, dann kann es auch losgehen. Ich habe meine Anlage auf einer Hyper-V installiert und ich beginne einfach damit, dass ich diese virtuelle Maschine jetzt hier einfach starte. Das Installationsmedium ist eingehängt und da geht es einfach los. So, wir haben hier gleich ein Menü. Da können wir gleich die erste Option FreePBX 15 Asterisk 16 nehmen. Das ist auch die empfohlene Variante. Das bestätigen wir also einfach mit Enter. So, das nächste, auch die erste Option mit Enter bestätigen und hier beim dritten auch gleich mit Enter durchdrücken. Bevor ich das mache, aber noch ein wichtiger Hinweis. Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann kommt als nächstes so ein typisches Terminal-Fenster, wo dann die Installationszeilen so runterrattern. Und nach kurzer Zeit erscheint wieder ein grafisches Fenster und da gibt es verschiedene Einstelloptionen wie Tastatur, Sprache, Zeitzone und so weiter. Aber dieses Fenster, das wird nur eine Sekunde oder vielleicht auch nur eine halbe Sekunde angezeigt. Das ist ein bisschen ungünstig und da müssen Sie blitzschnell reagieren und irgendeine Option in dieser kurzen Zeit anklicken, damit das Fenster stehen bleibt. Denn wenn Sie über das Fenster drüber rutschen, dann fehlen Ihnen ein paar wichtige Einstellungen und die Arbeit auf der Konsole wird Ihnen dann dadurch erschwert, dass eben die Tastatureinstellungen und so weiter nicht stimmen. Also einfach aufpassen dabei. So, ich fange einfach mal an. Hier läuft das Ganze jetzt und wir werden sehen, gleich kommt das Fenster. Dauert noch ein paar Sekunden. Sollte es beim ersten Mal nicht klappen und Sie sollten über das Fenster drüber rutschen, auch kein Problem. Installation einfach abbrechen und neu anfangen. Es sind ja nur ein paar Sekunden, so lange bis es klappt, weil es ist wirklich wichtig. Und da müssen wir jetzt schnell sein und haben irgendwo angeklickt, jetzt sind wir gerade in Spracheinstellungen und das Fenster steht jetzt erst mal. So, hier wollen wir natürlich die deutsche Sprache einstellen. Das suchen wir uns raus und sagen auch Deutsch, Deutschland. Das bestätigen wir. Und jetzt gehen wir in die Zeiteinstellungen, wählen uns hier Europa aus und dann hier als Stadt Berlin. Und bestätigen das auch. So, als drittes haben wir noch das Tastaturlayout. Auch hier ist ja Englisch USA, da fügen wir eins hinzu. Suchen jetzt nach Deutschland. Da gibt es mehrere Tastaturlayouts, da wählen wir uns eins aus. So, nachdem wir das bestätigt haben, setzen wir es an die erste Stelle hoch und schmeißen die englische Tastatur raus. Die brauchen wir ja nicht. Und das Ganze wird ebenfalls bestätigt. So, und da sind wir hier soweit durch. Alle Einstellungen sind getroffen. Die Festplatteneinstellungen, die werden automatisch, die Partitionierung wird automatisch vorgenommen. Nur, wenn Sie eine neue Installation machen, auf eine bestehende drauf, dann müssen Sie hier eben mal reingehen und die Partitionen, die da drin sind, entsprechend löschen, damit Sie komplett neu installieren können. So, und jetzt sagen wir einfach loslegen. So, jetzt wird er noch ein Root-Passwort haben. Das geben wir auch noch ein. Wichtig ist, das Root-Passwort müssen Sie sich merken, denn sonst können Sie sich nie an der Konsole anmelden und können keine administrativen Aufgaben übernehmen. Das ist also wichtig. Am besten aufschreiben. So, und damit fängt die Installation auch schon an. Ich halte das Video jetzt an. Das dauert nämlich ein paar Minuten und gleich geht es weiter. Die Installation ist jetzt abgeschlossen und das System muss neu gebootet werden. Vorher muss ich natürlich noch mein Installationsmedium entfernen. Zu diesem Zweck muss ich meine virtuelle Maschine einfach mal anhalten. So, jetzt kann ich das Installationsmedium entfernen. Und Sie sehen, es ist weg und jetzt kann ich die Maschine einfach neu booten und dann klappt das. So, als erstes kommen wir an den Login-Prompt. Hier müssen wir uns also mit Root als Benutzername und mit dem vorhin eingegebenen Passwort anmelden. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Aus einem einzigen Grund. In diesem Fenster erfahren wir nämlich hier in der mittleren Tabelle die IP-Adresse der Anlage, über die wir dann mit dem Browser zugreifen können. Und das werden wir jetzt als nächstes machen, um die Verwaltungsoberfläche zu öffnen und die Konfiguration fortzusetzen. Die IP-Adresse geben wir in den Browser wieder ein und kommen als erstes in ein Fenster, wo noch ein paar Eingaben abgefordert werden. Als erstes wird ein Admin-User eingegeben. Da wähle ich immer ganz einfach Admin aus und dazu ein Passwort. Das sollte ziemlich sicher sein. Und wie gesagt auch merken. Das muss man zweimal eingeben. Als nächstes noch eine E-Mail-Adresse. FreePPX versendet ja E-Mails, aber da kommen wir später noch dazu. Und als Systemkennung steht drin VoIP-Server. Das kann man später noch ändern. Also im Moment kann man das mal so lassen. Das ist gut. Und alles andere kann dann auch so bleiben. Und dann sagen wir einfach System einrichten. Jetzt kommen wir an das Anmeldefenster. Da ist nur der linke Punkt interessant erst mal. FreePPX-Administration. Und da klicken wir drauf. Da kommen wir jetzt an das Anmeldefenster. Und hier müssen wir den eben angelegten Benutzer eingeben. Also Admin und das zugehörige Passwort. Und dann sind wir erst mal drin. Hier wird Ihnen jetzt die Aktivierung der FreePPX angeboten. Die Aktivierung ist kostenlos. Ich empfehle die Aktivierung. Denn wenn Sie die FreePPX aktivieren, dann haben Sie automatisch mehr Funktionen in der Systemadministration. Das ist also ein Vorteil. Außerdem haben Sie die Möglichkeit für den Fall, dass Sie es mal brauchen, ganz einfach per Mausklick kostenpflichtige Module dazu zu kaufen. Das geht ebenfalls nur mit aktivierter Anlage. Aber solange wie Sie nichts kaufen und nicht da irgendwo draufklicken, wo es um Kaufen geht, dann ist alles kostenlos. So, Sie müssen dann zur Aktivierung hier Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Und dann werden von Ihnen Daten abgefordert. Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen, weil meine Anlage ist ja schon aktiviert. Ich habe da schon einen Zugang. Aber das ist letzten Endes selbsterklärend. Hier kommt jetzt ein bisschen Werbung. Dann machen wir Überspringen. So, hier auch nochmal. So, hier kommt die deutsche Spracheinstellung. Da ist alles voreingestellt. Und das können wir dann ganz einfach einreichen. Hier kommen wir jetzt an die Firewall. Dazu muss man sich eins vor Augen halten. Die Anlage ist ja im internen LAN, in Ihrem lokalen LAN, hinter einem Router. Der Router hat bereits eine Firewall und schützt Ihre Anlage. Das heißt also, in einer solchen Konstellation benötigen Sie die Firewall nicht. Und deshalb installieren wir die Firewall hier auch nicht, sondern gehen dann auf Abbrechen. Und jetzt befinden wir uns im sogenannten Dashboard. Das ist immer das erste Fenster, was angezeigt wird nach dem Anmelden. Die Firewall ist nicht aktiviert, so wie wir das wollten. Und wir sehen jetzt weiter oben rechts, wenn Sie da mal hinschauen, Apply Config, dieser rote Button. Das bedeutet folgendes. Die sämtliche Änderungen, die wir gemacht haben, die sind jetzt in den Konfigurationsdateien gespeichert, aber sind noch nicht wirksam, weil noch nicht geladen. Durch Apply Config wird die Konfiguration jetzt neu geladen und die Änderungen werden wirksam. Als nächstes nehmen wir noch ein paar grundlegende Einstellungen in der FreePBX vor. Und zwar hier im Menü Einstellungen unter Erweiterte Einstellungen. So, hier haben wir als erstes hier oben zwei Parameter, die wir aktivieren können, damit wir eine erweiterte Anzeige bekommen. Das tun wir auch gleich mal. Da geben wir hier also auf Read-Only-Einstellungen Ja und schreibgeschützte Einstellungen überschreiben, sagen wir ja auch Ja. Und das Ganze, damit das wirksam wird, müssen wir natürlich absenden und dann nochmal die Konfiguration neu laden. Und das tun wir als nächstes. Die Konfiguration ist nun neu geladen, die Änderungen sind wirksam und wir müssen jetzt weiter konfigurieren. Und das mal kurz zur Erläuterung. Hier gibt es immer verschiedene Abschnitte. Sie sehen das ja, man kann die sogar zuklappen und wieder aufklappen. Und unter diesen Abschnitten sind dann immer Einstellungen, die irgendwie zusammengehören, gleicher Art jedenfalls. So, nun sind das hier ziemlich viele Parameter, die man hier konfigurieren kann. Sondern wenn man da was Bestimmtes sucht, dann ist das auch etwas aufwendig. Und ich nutze hier ganz gerne mal die Suchfunktionen, die wir hier im Browser haben. Und wir brauchen jetzt als nächstes einen Abschnitt, der heißt Wählplan und Betriebsbereit. Da gebe ich einfach mal W und Ä ein und da springt er schon hier runter auf Wählplan und Betriebsbereit. Ist ein bisschen komisch übersetzt, aber ist halt so. Und in diesem Abschnitt tun wir jetzt einige Einstellungen machen. Und zwar einmal hier bei den Asterisk Outbound Trunk Dial Options. Da packen wir noch ein kleines T und ein R dazu. Dann haben wir diese Rufweiterleitungsstandardeinstellung hier. Das heißt also hier stellt man ein, wie lange ein Telefon klingelt standardmäßig. Das kann man also im konkreten Fall dann immer noch abwandeln in anderen Konfigurationsbereichen. Aber wie lange ein Telefon standardmäßig klingelt, bevor der Ruf weitergeleitet wird, wenn nichts anderes eingestellt ist. Und das stellen wir hier einfach mal auf 20 Sekunden. Das klappt dann meistens ganz gut. Dann haben wir hier die Länderanzeigetöne. Das heißt also jedes Land hat ja eigene Pieptöne. Ja, diese Ruftöne. Und da müssen wir natürlich das Deutsche einstellen. Und das machen wir hier auch. Und dann stellen wir das hier noch auf Nein. Diese Anzeige wollen wir nicht haben. Und erkläre ich später noch. Einfach nur erstmal machen. Und hier den Anwesenheitsstatus. Wo ist er da? Den stellen wir auch auf Nein. Weil damit arbeiten wir am Anfang auch nicht. Als nächstes suchen wir mal nach einem Parameter, der heißt Ringtime Default. Da gebe ich einfach mal Ring ein und da springt er auch schon dahin. So hier dieses Ringtime Default. Da stellen wir die 15. Aber das ist auch wieder die Klingelzeit. Die stellen wir hier auch auf 20 ein. Und das Zeitformat von 12 Stunden auf 24 Stunden kann sicherlich auch nicht verkehrt sein. Als nächstes suchen wir mal nach einem Abschnitt, der heißt Prozessmanagement. Da wollen wir zwar nicht direkt hin, aber in der Nähe davon sind ein paar Parameter, die wir auch noch einstellen wollen. Und da finden wir hier oben drüber Spracheinstellung anzeigen. Sie sehen hier, das ist schon auf Ja gestellt. Das wollen wir nur noch mal kontrollieren. Weil wenn dieser Parameter auf Ja eingestellt ist, so wie hier, dann haben Sie hier oben im FreePBX die Möglichkeit, auch mal eine andere Sprache einzustellen, falls es erforderlich sein sollte. Wenn Sie das deaktivieren, ist das Menü weg. Und deshalb sicherheitshalber mal aktivieren. Als nächsten Parameter haben wir dann hier noch, verwenden Sie W-Get für Module Admin. Das ist eine interne Geschichte. Das geht jetzt darum, auf welchem Weg und mit welcher Technologie die abzudatende Module heruntergeladen werden. Und da sagen wir einfach mal Ja. Das ist eigentlich eine Linus-Geschichte hier. Einfach Ja sagen und gut. Als nächstes suchen wir nach einem Parameter, der heißt Autorisierungstyp. Da geben wir einfach mal Auto ein und dann springt da auch schon hin. Autorisierungstyp. Da kontrollieren wir einfach. Der muss auf Benutzer-Manager stehen. Ob das auch so ist. Wenn nicht, müssen wir das einstellen. Genauso hier unten Standardsprache. Das ist eine Sache, die haben wir bei der Installationsroutine vorhin schon eingestellt. Aber sollte uns das irgendwie durchgerutscht sein, einfach nochmal kontrollieren, ob hier DE DE steht. Mit Unterstrich miteinander verbunden. Wenn nicht, wenn da was anderes steht, bitte ebenfalls eintragen. Und hier die PHP-Zeitzone. Dasselbe. Da muss hier Europa, Berlin stehen. Steht da was anderes? Dann können wir das entsprechend auswählen und einstellen. Den nächsten Parameter, den wir suchen, heißt Systemidentität. Ja, und da springt er auch wieder hin. So, hier, das ist im Prinzip der Name Ihrer FreePBX-Asterisk-Telefonanlage. Den können Sie frei wählen. Hier ist standardmäßig steht VoIP-Server drin. Den kann man nun benennen, wie man das gerne möchte. Ich schreibe hier mal davor. DemoVoIP-Server zum Beispiel. Und dann rutschen wir hier gleich noch ein Stückchen tiefer und kontrollieren mal hier. Aktiviere TLS für den Node.js-Server. Ob das auf Ja steht. Das steht auf Ja, ist also auch in Ordnung. Falls es auf Nein steht, ebenfalls auf Ja setzen. Dann noch ein Stückchen tiefer scrollen. Und dann haben wir hier nochmal Node.js-Speicherort für Zertifikate. Da muss das drin stehen. Steht im Normalfall auch drin. Nur nochmal kontrollieren. Und hier im Benutzerverwaltungsmodul, da will er dann eine E-Mail-Adresse haben. Und das ist wichtig. Mit dieser E-Mail-Adresse als Absender versendet FreePBX seine E-Mails. FreePBX versendet ja E-Mails für verschiedene Zwecke. Hatte ich, glaube ich, war da vorne schon mal erläutert. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das heißt also zum Beispiel, wenn Sie die Mailbox nutzen, die Voice-Mailbox, dann versendet der ja angekommene Nachrichten per E-Mail. Wenn Sie Faxdienst benutzen, versendet er Ihnen die Faxe, wenn Sie das wollen, per E-Mail, die ankommen. Der versendet Ihnen Nachrichten über standardmäßig erfolgte Backups. Wenn Sie die Backup-Funktion aktivieren, der sendet Ihnen E-Mails, wenn Updates bereit liegen oder Updates installiert wurden, je nachdem, wie das eingestellt wird. Und diese E-Mails müssen natürlich einen Absender haben. Den Absender stellen Sie hier ein. Und dieser Absender sollte auch tatsächlich als E-Mail-Adresse existieren. Also nicht irgendwie eine frei erfundene E-Mail-Adresse, sondern legen Sie sich eine an irgendwo bei Gmx, bei Google Mail oder so. Legen Sie sich eine Adresse an, die tatsächlich existiert und tragen Sie die hier ein. Um den letzten Parameter einzustellen, scrollen wir noch ein kleines Stückchen nach unten, hier zu Voicemail-Modul und tun hier den Parameter Voicemail-Treffer erstellen, falls noch nicht geschehen, auf Nein setzen. Das ist manchmal voreingestellt, manchmal nicht, kann ich auch nicht genau sagen, warum. Auf jeden Fall den auf Nein stellen, weil das ist nicht notwendig. Ja, und damit sind wir fertig. Nun müssen wir die Einstellung noch absenden, wie immer. Und die Konfiguration noch anwenden wieder, damit die Einstellungen neu geladen werden. Und das hätten wir damit auch erledigt. Damit sind wir mit der Basis-Konfiguration und Installation eigentlich durch. Aber ich möchte zum Abschluss noch auf eine wichtige Sache hinweisen. Und zwar, es geht nochmal um E-Mails. Ich hatte ja vorhin bereits erzählt, dass Asterisk FreePBX E-Mails versendet für verschiedenste Zwecke und dass man das im Prinzip auch braucht. Und dass es erstmal notwendig ist, natürlich eine E-Mail-Adresse zu verwenden, die existiert. Das ist aber noch nicht alles. Denn das E-Mail-System funktioniert ja etwas anders. Selbst wenn Sie eine Adresse haben, die existiert, dann wird die ja immer noch, wenn sie durch Ihre FreePBX-Anlage versendet wird, von einem Host versendet, der im Domain-Name-System des Internets nicht registriert ist. So etwas wird aber heutzutage von Spam-Checkern zum Beispiel überprüft. Und dadurch, dass der Host nicht existiert, fliegt er bei Spam-Checks in der Regel raus. Das heißt, Ihre E-Mails kommen nicht an. Das ist aber im Prinzip eine Geschichte, die ist nicht neu. Man muss nur entsprechend darauf reagieren. Und zwar macht man das, indem man die Mails über einen sogenannten Smart Host versendet. Ein Smart Host ist im Prinzip nichts anderes als der Mail-Server Ihres Providers. Sie melden sich also beim Mail-Server Ihres Providers an, mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort und versenden über diesen Server, der nun wieder im Domain-Name-System des Internets registriert ist, Ihre Mails und damit funktioniert das Ganze wieder. Damit geht das durch jeden Spam-Check durch. So, nun bietet aber FreePBX im Standard, im kostenlosen Standard, diese Möglichkeit nicht. Sie können sich mit FreePBX nicht so einfach an Ihrem Mail-Server, der existiert, anmelden. Da sind die Funktionen hier nicht da. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze umsetzt. In dieser Installation von FreePBX ist ebenfalls ein PostFix-Server enthalten. PostFix, der klassische MTA für Linux. Und man könnte diesen PostFix-Server jetzt entsprechend konfigurieren, den am Smart Host Ihres Providers, Ihres E-Mails-Providers anmelden und dann würde das funktionieren. Wie man das macht, habe ich im Teil 4, 5 meiner Themenreihe beschrieben. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit. FreePBX hat ja nicht nur einen kostenlosen Umfang, der ja bei weitem das größte ist, sondern FreePBX bietet zusätzlich für eine Erweiterung auch kostenpflichtige Module an. Und es bietet eben auch einen kostenpflichtigen Modul für E-Mail-Versand an, wo Sie genau diese Konfiguration einstellen können. Dieses Modul werde ich in einem weiteren Video beschreiben. Das war Teil 1. Es geht weiter mit Teil 2. Da geht es dann um die Konfiguration des Trunks, also die Anbindung der FreePBX Asterisk an Ihren Telefonanbieter. Und wir sehen uns dort wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.